Immer mehr Diebe haben es auf Fahrradteile abgesehen. Sie lassen sich leichter stehlen als ein komplettes Fahrrad und ein Dieb kann sie, je nach Modell, teuer weiterverkaufen. Ein ungesicherter Fahrradsattel ist eine besonders leichte Beute. Wie aber kannst du verhindern, dass du dein Fahrrad irgendwann ohne Sattel vorfindest? In diesem Video stellen wir dir fünf Möglichkeiten vor, einen Fahrradsattel vor Dieben zu schützen. Ich erkläre dir, welche Vor- und Nachteile verschiedene Sattelsicherungen haben und präsentiere dir unseren persönlichen Favoriten. Pau Unity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von Pau Unity und befasse mich bei Pau Unity erklärt für dich mit Diebstahlschutzlösungen für deinen Fahrradsattel. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere Pau Unity und werde Teil unserer Powerful Community. Klären wir zunächst eine grundsätzliche Frage. Warum ist es wichtig, einen Fahrradsattel vor Diebstahl zu schützen? Nun, darauf gibt es drei Antworten. Nummer eins, ein guter Fahrradsattel ist teuer. Spitzenmodelle kosten sogar einige hundert Euro. Du verlierst also bei einem Diebstahl unter Umständen einiges an Geld. Nummer zwei, viele Sattel werden mit der Zeit bequemer, weil sie sich an dich anpassen. Einen neuen Sattel musst du erst wieder einsetzen. Drittens, schließlich kann es ziemlich mühsam sein, ein Fahrrad ohne Sattel nach Hause zu bringen. Während einer Tour ist dein Sattelklau also besonders ärgerlich. Du siehst, es gibt gute Gründe, deinen Fahrradsattel diebstahlsicher zu machen. Aber wie stellst du das an? Nun, hier sind die besten Methoden. Fahrradsattel-Diebstahlschutzmethode Nummer eins. Verschiedene Fahrradschlösser kombinieren. Du hast keine Lust, dich mit Sicherungssystemen für Fahrradteile auseinanderzusetzen? Dann verwende einfach ein zusätzliches Fahrradschloss für den Sattel. Du schließt dein Rad mit einem Falt- oder Bügelschloss an einem festen Gegenstand an und sicherst den Sattel zusätzlich mit einem Kabel- oder einem Spiralschloss. Diese Methode hat allerdings einen Nachteil. Du musst immer mindestens zwei Schlösser dabei haben, wenn du mit dem Rad unterwegs bist. Fahrradsattel-Diebstahlschutzmethode Nummer zwei. Schnellspanner gegen Schrauben austauschen. Schnellspanner sind praktisch. Du brauchst nur einen Handgriff, um deinen Sattel zu verstellen. Ganz ohne Werkzeug. Dummerweise haben es Diebe aber genauso leicht, wenn sie deinen Sattel stehlen wollen. Ein Schnellspanner lässt sich praktisch im Vorbeigehen öffnen. Schwerer machst du es ihnen, wenn du den Schnellspanner gegen eine Inbusschraube tauscht. Noch sicherer sind Torx-Schrauben oder Innensechskant-Schrauben mit einem Pin in der Mitte. Dieser Diebstahlschutz ist vergleichsweise günstig und wirkt zumindest gegen Gelegenheitsdiebe ohne Werkzeug. Aber es geht noch effektiver. Fahrradsattel-Diebstahlschutzmethode Nummer drei. Schwerkraftschließsysteme. Schrauben, Muttern, Nüsse oder Schnellspanner mit Schwerkraftschließtechnik lassen sich nur öffnen, wenn das Rad auf dem Kopf steht oder um 90 Grad gedreht ist. Das heißt, hast du dein Fahrrad an einem festen Gegenstand angeschlossen, muss ein Dieb zuerst das Schloss knacken und dann das Fahrrad drehen bzw. auf den Kopf stellen, um den Sattel klauen zu können. Beispiele für solche Schwerkraftschließsysteme sind das C-Fall Lock'n'Roll, der Safe Ring von Ixso oder das Abus Schwerkraftsicherungssystem Nutfix. Schwerkraftschließsysteme bieten zwar keinen hundertprozentigen, aber einen sehr guten Schutz vor Satteldiebstahl. Dafür kosten sie auch etwas mehr, nämlich zwischen etwa 30 und 50 Euro. Fahrradsattel-Diebstahlschutzmethode Nummer vier. Spezielle Muttern und Nuten. Spezielle Kombinationen aus Muttern und Achsen, wie das Pitlock oder das Pinhead-System, kannst du nur mit individuellen Schlüsseln öffnen. Pitlock verkauft beispielsweise mehr als tausend unterschiedliche Kombinationen. Um einen Schlüssel für eine Kombination nachzukaufen, brauchst du also einen Code. Pass also gut auf diesen auf. Das heißt, mit normalem Werkzeug kommen Diebe hier nicht weiter, außer sie wenden Gewalt an. Fahrradsattel-Diebstahlschutzmethode Nummer fünf. Das Hexlokz-Sicherungssystem. Nun kommen wir zu unserem absoluten Favoriten. Dem Sicherungssystem Hexlokz. Hexlokz gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen. Das Basissystem besteht aus zwei Teilen. Einem Inlay, auch NUT genannt, und einem dazu passenden Key. Beziehungsweise Schlüssel. Wichtig ist, bei Hexlokz gibt es ähnlich wie bei den Pitlock- und Pinhead-Systemen immer nur eine NUT mit dem passenden Schlüssel. Um deinen Sattel mit Hexlokz zu sichern, setzt du die NUT mit dem passenden Schlüssel in die Inbusschraube am Sattel ein. Der Clou daran, anschließend ist es nicht mehr möglich, die Schraube mit einem normalen Inbusschlüssel zu öffnen, weil die NUT den Zugang versperrt. Du musst erst mit dem passenden Key die NUT entfernen. Du willst mehr darüber wissen, wie Hexlokz funktioniert? Wir zeigen es dir in einem eigenen Video. Klicke hier oben und ziehe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den besten Komponentenschutz auf dem Markt an. Hexlokz funktioniert mit allen magnetischen Stahlschrauben in den Größen von 4 bis 10 mm. Und mit Titan- und Aluschrauben mit einem magnetischen Einsatz. Das System ist leicht, unauffällig und sicher. Vielseitig ist es auch. Mit Hexlokz kannst du nicht nur Fahrradkomponenten, sondern auch Möbel, Messestände oder Solarzellen und viele andere Gegenstände vor Diebstahl schützen. Du kannst das sogar mit unserem GPS-Tracker Biketracks kombinieren. Einen Diebstahlschutz für E-Bikes. Der Tracker wird unsichtbar für Diebe im Motorgehäuse deines E-Bikes montiert. Um das Motorgehäuse des E-Bikes zu öffnen, muss bei einigen E-Bikes die Kurbel abgezogen werden. Zwar ist uns bei zehntausenden verbauten Biketracks kein einziger Fall bekannt, in dem ein Dieb den Biketracks entdeckt und entfernt hat. Willst du aber auf 110% Sicherheit setzen, kannst du den Motorraum deines E-Bikes unzugänglich machen, indem du die Kurbel mit einem 8mm Hexlokz-Einsatz sicherst. Selbst wenn jemand wollte, niemand kommt an deinen E-Bike-Diebstahlschutz ran, ohne die Motorabdeckung zu zerstören. Zum Schluss noch ein heißer Tipp für alle, die ihren Sattel gerne vor Regen und Schmutz schützen. Auch Sattelbezüge gibt es mit Diebstahlschutz. Der Sattelbezug City Hopper von Made for Rain beispielsweise besitzt ein Schloss und eine Sicherungsöse. So musst du keine Angst mehr haben, dass ein anderer Radfahrer, der vom Regen überrascht wurde, deinen Sattelbezug stiehlt, während du einkaufen bist. Fassen wir also zusammen. Ein ungesicherter Fahrradsattel ist eine leichte Beute für Diebe und ein Satteldiebstahl ziemlich unangenehm. Deshalb empfehlen wir dir, deinen Fahrradsattel gegen Diebstahl zu schützen. Dafür hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel ein extra Fahrradschloss, spezielle Muttern und Nuten wie das Pitlock-System oder einen Diebstahlschutz mit Gravitationstechnik verwenden. Unser Favorit ist das Sicherungssystem Hexlokz. Es ist praktisch und unauffällig. Es schützt effektiv vor Diebstahl und lässt sich für viele Komponenten an deinem Rad verwenden. Dann solltest du nur noch daran denken, auch andere wertvolle Fahrradteile wie Laufräder und natürlich dein Fahrrad selbst zu schützen. Der beste Diebstahlschutz für E-Bikes ist der PowerUnity GPS Tracker BikeTracks. Er alarmiert dich sofort über eine App, wenn sich jemand an deinem Bike zu schaffen macht. Außerdem kannst du den Standort eines gestohlenen Rads europaweit in Echtzeit verfolgen und an die Polizei weitergeben. So haben Diebe keine Chance mehr. So, das war's heute von mir. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bikesicherheit und GPS-Technik erhalten? Dann schau auf unserem Online-Magazin PowerUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowerUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an. Vielen Dank.